hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen video schön dass ihr wieder eingeschaltet habt black friday black week cyber monday cyber week ja es gibt gar nicht mehr den einen tag wo die rabatschlacht beginnt sondern um black friday der dieses jahr am 25 11 ist auf dem freitag wieder natürlich beginnt eine woche vorher die black week danach haben wir den cyber monday und die cyber week und früher war es glaube ich so dass nur der cyber monday eher so für technik war heute wird auch alles mögliche da weiterhin rausgehauen aber ob die produkte an den tagen tatsächlich günstiger sind oder nicht das ist mal dahingestellt denn es ist ja angeblich eine rabatschlacht dass das nicht immer so ist werde ich euch gleich erzählen dafür sitze ich hier auf meinem sofa darum geht es nicht wenn ich euch die geschichte erzähle wird vielleicht der ein oder andere aus den socken fallen ich bin es damals ich muss mich tatsächlich dann erstmal hinsetzen auf das sofa also hier nicht auf mein sofa sondern das baugleiche sofa aber die geschichte dazu komme ich gleich erst ja sind diese rabattschlachten wirklich rabattschlachten nicht immer das wissen wir ja aber was sollte ich jetzt machen wenn jetzt black week ist oder black friday oder halt die ganzen cyber tage da erstmal ganz ganz wichtig eine sache wenn ich kein geld habe dann kann ich mir auch nichts kaufen fall nicht auf diese ganzen kredit geschichten rein wenn ich mir jetzt ein fernseher kaufe wenn ich mir jetzt ein handy kaufe tabletten laptop etc ihr wisst was ich meine das ist nicht geschenkt nur weil es finanziert ist ich muss die rechnung trotzdem bezahlen viele junge leute vergessen das kaufen alles auf pump und am ende wird es dann immer mehr da ist es der fernseher es ist das laptop da ist es das handy da geht es handy kaputt da muss neues handy her wird wieder auf pump gekauft und dann wird das gas teurer dann wird der strom teurer und dann überlegt man sich irgendwann wie man den ganzen kram bezahlen kann deshalb ganz wichtig kein geld kein konsum das sind alles sachen die muss man nicht haben die möchte man gern haben aber man braucht sie nicht zu leben wenn man ein älteres handy hatten das noch funktioniert kann man das behalten kann man sich das neueste iphone oder das neueste samsung galaxy oder was weiß ich nicht nicht leisten dann sollte man sich nicht kaufen sondern abwarten geld sparen wenn man das geld zusammengespart hat dann kann man sich kaufen denn die raten kredite sind nicht umsonst teilweise sind sie zwar zu null prozent aber ihr gebt natürlich daten preis das ganze landet auch eine kreditauskunft wenn ihr mal kredit haben wollten habt immer diese günstigen finanzierung gemacht kann das euch wenn man großen kredit für eine wohnung oder haus haben wollt am ende wieder auf die füße fallen also ganz ganz wichtig vor allem für junge leute die das nicht wissen oder nicht ja beigebracht gekriegt haben wenn ich 50 euro habe darf ich nie mehr als 49 ausgeben dann kann ich am ende nichts verkehrt machen und dann habe ich auch kann ich auch rücklagen bilden um mir mal was zu leisten oder halt auch wenn was kaputt geht um dafür ersatz zu sorgen das war mir wirklich an der stelle mal zu sagen dann kommen wir zum zweiten punkt wenn wir jetzt black friday haben oder die black week oder cyber week cyber monday möchte jetzt losgehen möchte shoppen habe ein bisschen geld gespart einfach blinder auf los und kaufen ist nicht es ist nicht alles günstiger an den tagen manche sachen werden sogar tatsächlich teurer dazu kommen wir gleich hier mit der story zum sofa ja vergleich die preise am besten vorher benutzt preissuchmaschinen das ist eigentlich der sicherste und beste tipp ideale geizheiz check 24 um jetzt nur drei zu nennen da könnt ihr auch gucken wie die preisentwicklung in der vergangenheit war ich zum beispiel habe das bei ideale meine ich kann man ein jahr zurück gucken und dann seht ihr ja ist der preis jetzt tatsächlich gefallen ist das sogar teurer geworden ist kann man wunderbar untersuchen und dann kann man ja sehen ob ich heute einem black friday zum beispiel schnapper machen kann oder nicht ist das produkt eindeutig stark günstiger kann ich natürlich zuschlagen wenn ich es haben möchte ansonsten sollte man sich überhaupt überlegen ob man an dem tag was kauft und lasst euch natürlich auch nicht durch die ganze werbung beeinflussen ja nicht alles ist immer günstiger an black friday oder an diesen rabatt wochen so auch hier mein sofa wo ich drauf sitze das sofa habe ich vor vor viereinhalb jahre also war 2018 im juni juli nagelt mich nicht mehr fest da habe ich mir das gekauft ich hatte damals kein sofa ich brauchte eins habe nicht ganz so viel geld gehabt also muss es auch relativ günstiger sein bin dann ein möbelgeschäft rein da wo so junges wohnen ist für leute auch also nicht in diese obere etage wo es dann richtig teuer wird sondern eher da wo die günstigeren möbel stehen also die günstiger preisklasse habe dann so ein gewissen wunsch gehabt wollte etwas größeres so waren wo man sich auch schön gemütlich darauf hinfließen kann also eigentlich so eine mischung aus normalen sofa und big sofa ja habe das dann gesehen war relativ günstig 399 euro für ein neues sofa dachte ich hey das geht so viel geld habe ich passt total in mein budget rein passt auch von den abmessungen in meinem wohnzimmer also habe ich gekauft ja und hier steht es immer noch hat natürlich jetzt nach viereinhalb jahren paar gebrauchsspuren wenn man kind und hund hat passiert sowieso immer mal was aber das sofa ist soweit noch in ordnung ja was ist aber passiert letztes jahr auch black friday gewesen wir sind jetzt gar nicht so bewusst an diesem tag ins möbelhaus gegangen sondern tatsächlich einfach nur so auch in das gleiche möbelhaus wo dieses sofa hier her war ich möchte jetzt den namen auch nicht nennen weil ich niemanden schlecht machen möchte und ich sehe von weitem so ich sage hey guck mal da zu meiner frau da ist ja unser sofa ja ist ja cool gibt es ja noch ich hätte jetzt gedacht dass ich mir vielleicht irgendwo aus programm ausgenommen haben oder so nee war da noch bin hin und denke ich so naja mal gucken was es heute kostet wird ja alles teurer dachte ich so haben sie vielleicht 100er draufgepackt und ja gucke ich war auch knallhart reduziert irgendwie 40 prozent rabatt oder so gab es da und ja sollte dann aber zu dem zeitpunkt noch 1399 euro kosten dann denke ich so hä was stimmt denn da nicht du hast doch 400 euro bezahlt 1000 euro weniger ja war natürlich auch runter gesetzt die 40 prozent der preis aufschlag da waren auch noch mit drauf dann 40 prozent runter dann waren es mit rabatt 1399 dachte ich so ey das ist doch kein rabatt ihr habt von 399 auf 1300 aufgeschlagen und versucht jetzt den kunden hier zu verkaufen dass es günstiger ist dann hatten sie da irgendwie noch ein online angebot dann dachte ich ja gut guckst du rein was es online kostet da war es dann für 1 5 also 100 also 1499 euro mehr da dachte ich ist ja cool ein sofa drei preise für mich damals 399 dann 1399 und im internet online wo man ja eigentlich denkt dass es günstiger ist weil man ja die ganze kaufabwicklung selber macht da muss man ja niemanden ansprechen sogar noch ein hunderter mehr ja und da könnt ihr mal sehen es ist nicht immer alles günstiger die hauen zwar angeblich rabatte drauf aber hinterher oder vorher wird so drauf geschlagen und als ich mir damals gedacht habe hey das suchen wir für 1399 euro ich habe wirklich geguckt es ist 100 prozent das gleiche gewesen war auch der gleiche nagen gleiche farbe alles gleich wirklich von der ausstattung her auch ja und also 1300 oder 1400 oder 1500 euro ist das sofa wirklich nicht wert es ist okay aber man merkt schon so nach nach drei vier jahren hat man gemerkt an manchen stellen ist ein bisschen platt gedrückt platt gesessen die kissen sind nicht mehr so schön wenn man sich mit dem rücken reinlegt also so viel geld hätte ich dafür tatsächlich ausgeben aber da kann man mal sehen dass man beschissen wird es wird angeblich rabatt von 40 prozent gewährt ja und am ende ist das produkt eigentlich fast dreimal so teuer wie vorher und das ist eigentlich schon ja urer betrug ich habe keine ahnung versehen war es garantiert nicht weil das sofa danach immer noch wieder dann zu einem etwas teureren preis wieder verfügbar war aber auch nicht zu dem ursprünglichen preis was angeblich mal gekostet hat also ja passt da einfach auf mich wundern ohnehin immer viele sachen das geht jetzt auch los wenn du in die baumärkte reingehst wenn sie auf einmal den weihnachtskram rausholen ja die räumen gerade die regale ein und dann kriegst du schon reduziert 20 prozent dann denke ich mir so nee das ist der original preis ihr habt es vorher gar nicht im sortiment gehabt weil ich es einfach nicht verkauft habe und jetzt stellt jetzt ein regal macht einfach mal so pauschal 20 prozent raus und sagt angeblich reduziert ist nicht reduziert reduziert wäre es meiner meinung meiner persönlichen meinung nach wenn ihr es rein stellt es kostet sage ich mal so ein so ein ja hörsch oder rudolf das rennt ihr da figur 100 euro so und dann nach zwei wochen merken sie verkaufen wenn ich reduzieren war um 20 prozent der kostet jetzt nur noch 80 prozent 80 euro dann ist es reduziert aber vorher wenn ich es gleich für 80 euro rein stelle meiner meinung nach keine reduzierung ja das sind einfach mal so sachen die ich loswerden wollte achtet ein bisschen darauf schmeißt das geld nicht aus dem fenster das ist alles so wahnsinnig teuer geworden keiner weiß genau was er nächstes jahr für eine strom- oder gasabrechnung kriegt oder auch mit öl weiß man auch nicht wenn man jetzt mietet was man da zahlen muss als eigentümer hat man ja die rechnung vielleicht schon bekommen sei denn man muss nachtanken wisst ihr auch nicht genau was da auf euch zukommt also seid ihr einfach ein bisschen vorsichtig geht mit gesundem menschenverstand dran nutzt preissuchmaschinen und fallt nicht auf jeden rabatt der angeblich gewährt wurde rein ich hoffe das video hat euch gefallen wenn ja lasst gerne einen daumen nach oben da abonniert gerne hier meinen youtube kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten video wieder bis dahin